Ich muss auch die Leiche jetzt hier drin verpacken. Ich probiere das einfach mal. Bzw. ist ja keine Leiche, aber... Ähm, halten. Mal kurz gucken. Ich hab ja Zeit, ne? Leiche verstecken, genau. Bum. Es gibt sogar extra Wund. Diesmal. Klettern, bitte. Danke. Schicke dir eine Abkürzung zur Polizeistation auf dein Offset. Verstanden. Sehr schön. Jetzt hab ich wieder die ganzen Geräusche im Hintergrund, die ich vorhin sinnlos verplempert hab. Ich hab den doch gerade... Gedenksbumst. So. Jetzt hab ich, glaub ich, meine gedämpfte Waffe weggeschmissen. Ja. Äh, Pistole ist... Hier. Aber ich hab jetzt wieder Munition für die andere. Deswegen passt das schon. Ähm, ich möchte gerne da drunter gucken. Ach, wieder. Das Gamepad. Äh, sieht alles frei, aber ich will nicht nach unten. Oh, ich muss ja nach da hinten. Jetzt würde ich schon gerne oben bleiben. Ihr alle, verteilt euch und sucht. Na komm, putt, 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 putt. Ähm, da vorne ist noch eine Deckung. Ich war doch noch ein Vierter, da. Verdammt, ist aber schön weg. Guck doch mal hier oben nach. Am besten alleine. Scheiße, der liegt ja noch im Weg. Fuck, 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 fuck. Ach, nö. Was sollst du denn so tun? Oh, ich muss weg. Scheiße. Okay, das war natürlich sehr dumm gerade. Die, äh, den Typ da einfach so rumliegen zu lassen. Vor allem, da das nicht so leicht ist, mit diesem Ding hier zu schießen. Ach, ich sehe jetzt erst, dass ich da unten meine Ausrüstung habe, auf der ich wechseln kann. Ich habe da noch nie hingeguckt. Was ist das? Ach, hier kann ich um, auswischen, auch umswitchen. So, das ist ja nice. Bop. Ne, falsche Taste. So, machen wir den ganzen Spaß hier nochmal von vorne. Ach, ich bin ja hier schon, das... Habe ich mich gerade ein bisschen vertutet. So, nur ein bisschen zur Seite. Ich will auch nicht unbedingt sofort hier entdeckt werden. So, dann warte ich... Äh, warte ich mal wieder kurz hier? Aber woher wissen sie eigentlich, dass hier jemand ist? Weil ich habe ja die ganze Zeit keinen Alarm ausgelöst. Hier ist alles okay. Willis antwortet nicht. Hast du ihn gesehen? Keine Ahnung, wo der ist. Ich werde ihn finden. Ja, finde ihn mal. Guck am besten mal hier oben. Alleine. Und du guckst weg. Danke. 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 Ach, ich wollte jetzt gar nicht da hoch rüber gehen. Könnte Hilfe bei der Suche gebrauchen. Oha, Fertig-Taste. Der Typ ist aber neu. Oh, da muss ich mich jetzt beheilen. Dann möchte ich den noch bekommen, bevor er um die Ecke ist. Ah, lalalalalalalala. Ach, was soll denn das? Da waren ja schon wieder zwei. So ein Käse aber auch. Es lief so gut und dann habe ich einen übersehen. Aufhören. Schwuppe die. Guck mal her, du so. Springe bei Kanten und benutze die 3D-Navigation. What the fuck is this? 80 Geld kann ich auch hier, glaube ich, mache ich nachdem. Hallo? Okay, das geht nicht da. Gehe ich mal hier auf Nummer sicher, beziehungsweise nehme die Bonuspunkte mit. Ich muss ja jetzt eh warten. Wie jetzt? Ach, ich kann nur einen da reinpacken. Super. Hier ist alles okay. Willis antwortet nicht. Hast du ihn gesehen? Keine Ahnung, wo der ist. Ich werde ihn finden. Ihr müsst gar nicht suchen. Ihr müsst gar nichts suchen. Schüsse, der Schüsse ist da drüben. Schon was gefunden? Ich sehe überhaupt nichts. Nein. Was soll ich denn damit? Ich will die Typen aufheben. Wenn ich so weiterspiele, muss ich, glaube ich, auf einfach umstellen. Ah, da kann ich auch den Seilrutsch benutzen. Mach ich lieber auch mal schnell weg hier. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich habe natürlich den perfekten Zeitpunkt abgewartet, um da runter zu rutschen. Und genau da, wo sie halt direkt daneben standen. Aber egal, ich lebe. Sie leben. Alle sind glücklich. Sam, da ist jemand, der ganz oben auf Langlys' Fahndungsliste steht. Wenn du ihn festsetzt, lasse ich ihn abholen. Fickseer und Mäckieren. Bäm! Ist alles frei blendend Luft Reine Luft Die Luft ist hier so rein Ja, sieht frei aus Die Luft Da muss ich doch nicht die Taste drücken, dann mache ich schon vor Licht aus, da kommen die von alleine! Tadaa! Schöne Müll entsorgen Ähm, ich gehe mal auf, dass ich hier muss Fuck Ja, schreck mich nach Schöne 不客isch Gut Beside Beside